Servus Leute, zum Freitag dem 19. Mal schauen, mal schauen, lass dein Messer weg, was hier der Fortuna-Teller sagt. Yay, ein bisschen extra Glück. Na, das höre ich doch gern. So, was haben wir hier? Bauer Patrick, ich habe eine kleine Frage an dich. Ich brauche frische Weißergeierblumen für ein Rezept, was ich gerne machen würde. Könntest du mir welche bringen, Jody? Jody, sag mach ihm mal. Einfach nur wegen dem Namen. So. Und ich habe keine Zeitbegrenzung. Goal. Das heißt, ich kann erstmal hier rumgießen und so. Weil, das muss ich nämlich zuerst machen. Und dafür liegt ein Schmetterling. Gibt es eigentlich auch ein Schmetterlingsnetz? Irgendwie so Starborn-mäßig noch. Jetzt habe ich hier schon gedüngt und nichts passiert hier mit von wegen, äh, Goldene und so, ne? Ist ja... Moment, was soll der Käse? Wo ich stehe hin? So, jetzt muss ich gleich nochmal Wasser auffüllen. Kann ja nicht sein. Schon wieder hier eine... Krähenplage oder so. Ich muss mehr von den... Vogelscheuchen bauen. Kann ja nicht wahr sein. Ich habe eine Goldene. Geil. Aber nur eine. Dann wird es jetzt langsam knapp. Das Zeug muss hier wachsen. Schön golden werden. Wahrscheinlich wäre die hier Gold geworden. Aber nö. Ich kann so eine blöde Krähe und frisst sie mir weg. Oder bei, ja, die noch nicht mal fertig. Blöde Krähe. Musst du doch warte, damit das Zeug aussieht wie im Supermarkt. So, ich habe eine Goldene und gieße erst mal die Truhe. So, zwei. Also, das ist nicht. Schon wieder eine andere. Cauliflow. Ach, das ist der Blumenkohl. Ähm, okay. Die Request bleibt, glaube ich, erst mal eine Weile da drin. Hallo Katze. Miau. So. Aha. Schmeiß weg. Schmeiß weg. Schmeiß weg. Das Ding hier muss ich zum Gunther bringen. Habe ich noch irgendwelche Seeds am Start? Speed Grow habe ich noch. Hm. Ich könnte einen Baum pflanzen. Aha, warte mal. Da könnte ich doch. Hallo? Nein. Achso. Rechtsklick. Ham. Sehr gut. Die Energie ist wieder voll. Das ist noch neun Uhr morgens. Dann checke ich doch jetzt mal aus, ob ich jetzt in dieser blöden Mine mal weiter runterkomme. Äh, Lauch. Äh. Pferderadieschen. Äh, die Gebüsche haben gar keine Himbeeren mehr am Start. Was soll denn der Müll? Fällt mir da gerade so auf. Menno. Jetzt verdiene ich ja gar keine Kohle mehr. Ah, der steht schon wieder da. Servus. Bitte zerstör nicht mein Zelt. Äh, hab ich ja auch nicht vor. Kerle. Was der für Paranoia schiebt. Ich bin ein ganz, äh, lieber Kerle. Bloß nicht zu deinen Viecher hier unten. Den haue ich ein auf der, auf der Däts drauf. Mischt. Und eins hat sich schon zu ner Fliege entwickelt. Äh. Oh, komm schon. Maulwurf. Hm. Da war doch letztes Mal ein Maulwurf drin. Was soll denn der blöd sein? Hm. Okay. Die Viecher scheinen also auch irgendwie random zu sein. Schnitz. Wie viel Inventar habe ich noch? Ah ja, gut. Dann fülle ich das jetzt mal mit Stein. Bis ich die Leiter finde. Hallo? Okay. Dann fülle ich es mal mit Stein, bis ich die Leiter finde. Ein Ding. Fertig. Sehr gut. Mist. Und das zweite kommt auch noch gleich dazu. Na ja. Hau dich um. Mir fällt gerade auf, ich habe gar nichts zum Heilen, wenn ich irgendwas bräuchte. Jetzt bin ich schon wieder bei so einem Totenkopf-Blödsinn. Warum? Menno, der läuft gar nicht. Das ist doof. Einer ist platt. Upsi. Ich bin grün. Oder so. Ha. Trottel. Uah. Das bewegt sich. Hä? Der Typ hat mich jetzt gar nicht getroffen. Da. Der dick da. Nix da. So. Bewegt sich das hier auch? Ähm. Hallo? Hallo? Hm. Warte. Wenn du nicht rauskommst. Was habe ich denn jetzt denn? Geil, ich habe den Stein von der Birne geschossen. Mann, siehst du doof aus. Komm mal her. Was soll denn das sein? Jawohl. A way down has appeared. Eine wilde Leiter ist erschienen, oder was? 17. Na, hoffentlich kommt es nicht nochmal. Was? Was war jetzt dieses Plink? Achso. Ich muss noch zu dem Zauberer-Typ. Kann jetzt nicht. Alter, wie viele Maden da unten sind, ja. Ha. Ich glaube schon nicht, dass ich euch da verwandeln lasse. Ja, eine Geode und eine Sherry-Bomb. Drei Stück. Hm. Tü-tü-tü. Was? Den dicken Stein kriege ich nicht weg. Ist ja geil. Komm nochmal raus. Na, haupt, komm raus. Noch eine Geode. Ich bin der Geodenfarmer, ja. Ist ja krank. Dann brauche ich wieder 10.000 Gold um den... Soll ich dir wieder einen Stein unter der Birne wegschießen? Äh, unterm Hintern. Äh, eigentlich. 18. So, ich hoffe, dass ich jetzt dann zu irgendwelchen Eisenvorkommen komme. Ähm. Das Viech hat jetzt gar nichts mehr gemacht. Ist ja los. So, der ist platt. Geil, zwei Kohle. Sehr gut. Hoppla. Wartet der Slime da unten, dass ich komme, oder was? Kannst du gerne haben. Höp. Der ist durch den Stein durchgeglitscht. Das heißt, es ist kein Stein. Das ist wieder so ein... Hey, komm raus. Okay. Aha, und jetzt flüchten, oder was? Ah, dankeschön. Ich kriege direkt meine Sherry-Bomb wieder. Irgendwie war doch letztes Mal hier auch so ein komischer Nebel, wo die Fliegen gekommen sind. Kann das sein? Ah, ist wieder so ein Typ. Aha. Hoppla. Falsches Timing. Okay, was? Monster Slayer, Goal, Komplizie, was? Das hier. Nö. Hä? Auch nicht. Hm. Egal. Oh, da ist das Zeug da oben reingepackt. So, jetzt habe ich dich. Okay, da ist nichts drin, weil ich das letzte Mal schon rausgeholt habe anscheinend. So, jetzt, hab dich. Nix da, tschüss. Uh, ein Quarz. Äh. Na gut, da hacke ich mich halt hier durch. Ah, gut, die Energie hält noch. Drei Wetter Energie. Oder so. Noch ein Quarz. Sag mal. Hoppla. Jetzt hätte ich beinahe von dem harmlosesten Viech noch Damage gekriegt. Was? Achso. Ziehle, Moosh. Ach komm. Ich geh einfach runter. Wie viel Platz hab ich? Zwei Platze. Zwei Platze. Walsch. Okay, Level 20 ist hier, ne. Ein Stahlkleinschwert. Was kann das? Vier bis acht Damage. Drei bis sieben. Und doppelt das Speed. Goal. Ist aber blöd, wenn man da die ganze Zeit klicken muss wie ein Ochs. Na egal. Aber es kann blocken. Hallo, ich komm. Ah, jetzt. Hm. Kann ich jetzt eigentlich noch zu dem Zauberer gehen? Ich mein, es ist neuner abends. Und im Dorf läuft er ja auch nicht rum. Das heißt, ich hab die Quest jetzt verkackt. So wie es aussieht. Ich probier's aber trotzdem. Man weiß ja nie. Vielleicht macht er ja auf. So nach dem Motto. Ha, der hat ja eine Request noch. Ich lass heute mal die Tür noch ein bisschen offen. Was machen die? Rundabbel, Luft schnappen. Alles klar. Das ist auch weg. Mano. Da ist wieder so ein Gohan. Äh... Würmer hab ich jetzt keine gesehen. Da wird bestimmt wieder irgendwie so ein komischer Hundekopf oder was weiß ich was dabei rauskommen. Sag mal, wo schleicht der da rum? Habt ihr das gesehen? Ha, die Kühe schlafen. Ein Hase. Der ist auch noch spät wach, ey. So. Ne. Hänge am Gebüsch fest. Ey, der komische Zauberdinger ist wieder hier. Aber ich kann den nicht anlabern. Da war wieder so ein komischer Ton. Ach. Der hat nur bis 11 Uhr morgens offen. Ah, ist ja scheiße. Das ist ja mal ein fauler Hund. Und wie viel verdient der, wenn der sich das leisten kann, so wenig zu arbeiten? Weißt du, ein normaler hier Farmer rennt rum bis um 11 Uhr nachts, 12 Uhr nachts. Und der, oh ja, ich mach mal drei Stunden auf. Und dann... Ne, Quatsch. Nicht blöd. Fünf Stunden. Das sieht irgendwie komisch aus. Wie so ein Gesicht oder sowas. Ich geh weg. Ich kann nicht weg. Blödes Gesicht. Lass mich jetzt hier durch. Wenn ich mich hier weghacken muss. Nicht jetzt. So. Schnell ins Bett. Das gibt wieder wenig Energie morgen. Hoffentlich regnet's. So. Ey, geil. Level 3 Farming. Watering Can. Also die Gießkan hat sich verbessert. Und die Hacke hat sich auch verbessert. Ich kann ein Bienenhäuschen machen. Hä? Das hab ich doch schon. Den Dünger. Und neues Kochrezept. Ein Bauern, äh, Abendessen. Bauernbrot. Hö, hö. Na ja, gut. Level 3 Combat. Plus 5 HP. New Cooking Recipe. Roots Platter. Wurzelteller. Hm. Hab ich nicht noch Zeug im... ...verkauf drinnen? Level 2 Mining. Level 2 Mining. 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 Mhmm. Plus 1 Spitzhacke. Neues Crafting Recipe. Recipe. Treppen. Alles klar. Ah, ich hab's doch gewusst. Sehr gut. Also, nicht vergessen, da immer irgendwas reinzustopfen. Und wenn's nur ne Muschel ist. Ja, äh, dann hab ich's ja endlich mal geschafft, in der Mine weiterzukommen. Voll geil. Aber sonst hab ich nix gemacht. Doch, gegossen. Hm, ist ja auch was. Und rumlaufen und blöd labern. Aber gut, das mach ich so auch immer. Bis dann.